Die ist zeitend schon wirklich unvergusslich und deswegen präsentiert DJ Stechus Kaktus. Sie haben keine Autografung in den Parken. Ja, ja, DJ Stechus Kaktus präsentiert. Was präsentiert er? Ja, wie ich so immer erfahren habe, ist sie frisch herausgekommen. DJ Stechus Kaktus präsentiert Nixos Mini-X. Alle diese unvergesslichen Lieder. Tina Turner, Not for City, Let's Happily, Hula Dalla. Das ist ja wirklich unvergesslich. Wir haben hier eine ganze Palette. Schauen Sie, zum Beispiel hier, das ist auch ein alter Klassiker. Können Sie das noch aus für Disco? Also, ja, möglich. Und die gibt es jetzt im Handel um nur 10 Euro. 80er Jahre Greatest Hit. Yeah. DJ Stechus Kaktus ist auf jeder Zeit für Autogramme bereit. Ja, aber da jetzt nur einen Mein Gott größer Untertitell kranten Adst dir. Die Leute完 меня regresTim Tylk test tomar Strom.